hallo da bin ich wieder zurück mit einem kleinen vlog ich habe noch besuch um mann wenn wir es wieder da und ja wir haben heute wieder der bei daylight gerade eben gespielt ganz viel das kommt von vielen kappetragen und wir haben heute auch für seinen kanal noch mail day aufgenommen deswegen sieht es hier wieder aus wie ein feuerball das sieht aus als wäre hier ein feuerball explodiert ok stehen noch andere sachen dazwischen aber der größte kram ist hier mail day zeug was machst du denn da stark nicht ja das bei der heute sehr episch ne ja die letzte folge heute war gut wir sind voll da waren wir wirklich mal gut als letzter überlebende einziger überlebender und ich verrate nicht zu viel ich weiß gar nicht welche folge es ist ich könnte jetzt nicht mal sagen welche scheiße 1920 irgendwie so oder weiter so weiß abgleich ist ist komisch ja eben waren wir jetzt immer so weiß was passiert wenn wir das wollte ich eigentlich für immer aber ich wollte gucken was passiert wenn man weiß oder schwarz hinhält müsste ich jetzt weiß oder schwarz hinhalten nicht weiß weiß auch nicht experimentell heute experimenteller blog ein teller ein teller ja eben aber noch ganz viel gequatscht mit dem dirne im ts war sehr schön und sehr nett vielleicht gibt es irgendwann auch mal einen blog falls er mal vorbei kommt und dann gucken wir jetzt noch harry potter mal gucken wie viel harry potter ich gucke zehn minuten vielleicht und dann und dann die schnarcht nein du schnarcht nicht versuch belege zu finden mein nacken beweise ich habe gerade mein nacken verringt du kriegst auf einem sticker album ich gehe da nicht drauf was hat man das wirklich nein ja wir drehen auf jeden fall morgen weiter und gehen vielleicht auch morgens gehen gucken ich habe echt beteilig ja deine haare machen komische sachen die machen party ich sage ja diesen völlig wild also war deine haare ja auch so nicht gut nicht gut okay bis dann finde ich das musst du das auch so machen nein ich mache ja auch nicht die begrüßung so ja bei der nächsten schlimmsten musst du sind wir noch darauf ja den nächsten musst du dann so beginnen mit mir das meine ich ja so beginne ich schon mal gar nicht ich bin nicht du aber das auch eine fußballstimme habe ich ja aber ich mache so nicht macht doch mal so ach das zählt jetzt noch ja da sind wir wieder zurück nächster tag nächste hoffnung ja natürlich habe ich gestern geflockt hallo hallo immer noch besuch da ja immer noch immer noch nicht schon wieder immer noch immer noch weil wir schaffen sonst immer nichts das ist immer das problem wir haben immer irgendwie ich kann ich höre gar nicht mehr was ist los mit meinem arm ja ich kann sagen nachrichten aber es ist ja es ist der döner ich dachte ich es ist wieder dreck oder ja wir haben gedreht zwei uhr zehn uhr nachts ist es jetzt ja kurz nach zwei ja unfassbar unfassbar wie spät wie lang eigentlich nicht unbedingt lang doch ein doch wir haben schon ordentlich was gedreht ja gestern ja auch dead by daylight warum steig ich da eigentlich ein wieso ist doch nicht die zuschauer finden sich unterhalten ich steige immer ein bei irgendeinem ist das so toll wenn sie einsteigt besonders ins auto bei irgendwelchen fremden ja nur so schön wenn ich mit einsteige lambo oder porsche und dann steigt sie auch mit ein nein nein ferrari ok nein mercedes nein was denn sonst noch ich lass mich nicht kaufen ach so geht gar nicht so was schon gar nicht mit autos ja ich habe wieder der original bad hair day weil wir haben ja heute wir haben heute gedreht ja genau so ungefähr ja macht nix ich habe doch gesagt er ist gefährlich das tut ja wie ich doch gesagt ich hatte nämlich die ganze zeit die mutter auf mit dem haben haben was passen mit dem harten mann naja jetzt hätte ich auch angst ja ja wir müssen jetzt aufräumen kannst du mal zeigen was wir angeregt samt das hier haben gemacht es ist so schlimm jedes mal das ist schon so unangenehm jedes mal den müll runter zu bringen warum weißt du wie immer mit so fetten mülltüten bei dir im blog kann ich dir sagen also ich glaube ich bin wir sind 18 parteien bei mir im haus ja ich glaube ich benötige 30 20 bis 25 prozent des willst Gott sei dank machen wir mülltrennung bei uns ja bei uns auch aber trotzdem wenn ich sehe was im packcontainer mal drin ist das meiste von mir echt bei mir ist mal plastik und plastik geht aber diese tütchen da sind doch plastik ja aber durch die mail mail da ist auch die ganze das ganze papieren so papier bringe ich immer schon woanders hin echt ja ich bin faul ja ja also hier adventskalender genau deswegen bestellen wir die münze den wir haben adventskalender gedreht deswegen hier genau dem mobil adventskalender haben wir habe ich letztes mal im blog schon gleich jetzt schief letztes mal im adventskalender was habe ich ja was auch neu ist hier ist einmal ja der kleine drache kokosnuss und dann auch noch mal gibt es hier ist ja keine ahnung hatten mit den berti bots ach ich liebe das bienen ja jetzt sagt sie ja ja ich bin daran erkennt man dass es spät ist es ist ich habe einfach keine lust für dich zu verbessern das kommt gar nicht so oft vor wie jetzt denke ne stimmt kommt eigentlich nicht so oft vor ich drehe ja ach so willst du gar nicht doch ich wollte eigentlich sagen ich wollte aber eigentlich den adventskalender zeigen ach so wir haben nur die ersten zwei angefangen die anderen haben wir nicht geschafft und wir haben auch nicht so viel geschafft weil ich schaffen weil eigentlich wollten wir alles schaffen was aber irgendwann habe ich schon gemerkt okay es hat mir wohl nicht mehr viel viel arbeit muss man sagen ja bei dir haben wir auch ein bisschen was geschafft ja ein glück melde haben wir zwei top trams die spiele karten die neuen haben wir geschafft das haben wir noch für mich gemacht auch eine challenge ja stimmt vor allem ein zern challenge ja das heißt du hast jetzt vier videos ja dann kannst du erst mal vier wochen jetzt nicht mehr kommen ich komme erst november wieder nein das geht nicht weil du brauchst du musst kommen weil wir die plärmobil dinger weiter auf ja und halloween müssen wollten wir auch noch was machen obwohl der wort kommt ja erst nach halloween hier bei dir vielleicht auch nicht muss man loslassen ja dann sehen wir uns wir sagen tschüss